Father & Son präsentiert die Sammlerstücke der Woche und diese Woche sucht die Madame Perlen des Meeres. Also ein Perlenarmband, eine Perlenkette, ein Perlenring und jetzt schauen wir mal, was gibt's dafür, außer ordentlich Knete. 90 Dollar und ich hoffe jede Menge XP und 1000 XP. Ja dann, viel Spaß beim Sammeln diese Woche und bis zum nächsten Mal bei Father & Son play for fun.